Die jeweiligen Autoren und sonstigen Verantwortlichen übernehmen keine Haftung für den Inhalt der Veröffentlichungen, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Die Informationen dienen lediglich der allgemeinen Bildung und Weiterbildung und nicht der Beratung in einem konkreten Anliegen. Die zur Verfügung gestellten Inhalte entstehen teilweise offen und ohne direkte redaktionelle Begleitungskontrolle. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf unrichtige, unvollständige, veraltete oder verkürzte Angaben treffen. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle. Haftungsansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen. Die nachfolgenden Arbeiten dürfen nur durch eine Fachkraft für hochvolteigensichere Fahrzeuge erfolgen. Bei dem Toyota Prius befinden sich ein Teil der Hochvoltsystembauteile wie die HV-Batterie, die Batteriekühlung, die Trennschütze und Ladeelektronik unter den Innenraumabdeckungen des Gepäckraumes. Demontage der Verkleidungsteile im Kofferraum. Abdeckung Mitte, Staukastenmitte, Abdeckung 12 Volt Batterie rechts. Das 12 Volt Bordnetz spannungsfrei schalten durch Entfernen des Minuspol Kabels von der Batterie. Akustische Prüfung des Prüfgerätes Duspol durch eine direkte Durchgangsprüfung der beiden Prüfstifte. Hierbei muss das Gerät piepsen. Danach ein Test der elektroakustischen Funktion durch Prüfen der 12 Volt Batteriespannung. Hierbei muss das Gerät piepsen und die Voltzahl anzeigen. Benützen Sie das Gerät nicht, wenn einer oder beide Testprüfungen fehlgeschlagen sind. Beachten Sie unbedingt die Hinweise der Bedienungsanleitung Ihres Prüfgerätes. Überprüfung der weiteren Schutzausrüstung Überprüfen der Schutzhandschuhe auf Beschädigungen durch Einblasen von Luft. Das nicht entweichende Luft bestätigt einen vollkommen intakten Handschuh, der gefahrlos benutzt werden kann. Verwenden Sie keine undichten Handschuhe. Es besteht die Gefahr einer gefährlichen Körperdurchströmung oder Lichtbogenbildung. Selbstverständlich sind beide Handschuhe zu prüfen. Ziehen des Service Disconnect. Hierbei ist darauf zu achten, dass als erstes die Sicherheitsverriegelung des Bügels nach links geschoben wird. Erst dann kann der Bügel nach rechts geschwenkt werden. Durch die Schwenkbewegung wird der Stecker aus seinem Sitz herausgedrückt und kann anschließend mühelos entnommen werden. In dem Service Disconnect Stecker befindet sich eine Sicherheitssteckverbindung, die den Stromkreis erst dann freigibt, wenn sich der Stecker zu 100% an seiner Position befindet und verriegelt ist. Dieses ist relevant beim Einbau. Die Maßnahme Service Disconnect Stecker in die Tasche stecken beschreibt die Sicherheitsregel Nummer 2 gegen Wiedereinschalten sichern. Durch das Einstecken in die Tasche der Person, die die Freischaltung vornimmt, wird sichergestellt, dass keine dritte Person den Service Disconnect einstecken kann. Daraus ergibt sich, dass die Hochvoltanlage nur von der Person, die auch die Freischaltung vorgenommen hat, wieder aktiviert werden kann und darf. Die Wartezeit von mindestens 10 Minuten ist aufgrund von diversen Kondensatoren im System erforderlich. Innerhalb dieses Zeitraums sind diese sicher entladen und stellen keine Gefahr mehr für gefährliche Körperdurchströmungen und Lichtbogenbildung dar. Der Gehäusedeckel des Inverters, der sich im Motorraum in Fahrtrichtung links befindet, muss entfernt werden. Hierzu sind die neuen Schrauben zu entfernen und der Deckel nach oben abzunehmen. An dem Deckel befindet sich eine Kontaktbrücke, die an dieser Stelle verhindert, dass die Hochvoltanlage wieder aktiv wird, selbst wenn die 12 Volt Bordnetzbatterie angeschlossen und der Service Disconnect direkt gesteckt sein sollten. Das bedeutet, wenn der Deckel des Invertes nicht montiert ist, ist keine Inbetriebnahme des Fahrzeugs möglich. Mit dem Messgerät wird zwischen den beiden Schrauben geprüft, ob dort Spannung anliegt. Wenn nach den zuvor genannten Schritten vorgegangen wurde, darf an dieser Stelle keinerlei Spannung gemessen werden. Sollten Sie zu einem anderen Ergebnis kommen, ist der Deckel des Inverters wieder zu verschrauben. Die Schritte der Freischaltung durch die Fachkraft für hochvolteigensichere Fahrzeuge sind nochmals zu wiederholen. Abschließend ist das Fahrzeug mit einem entsprechenden Warnhütchen auf dem Fahrzeugdach und zusätzlich durch einen Hinweis mit Namen der Person, die Spannungsfreiheit festgestellt hat, als Spannungsfrei zu kennzeichnen. Bei der Montage des Deckels für das Invertergehäuse ist darauf zu achten, dass der Mikroschalter des Deckels genau in das Gegenstück im Invertergehäuse eingeführt wird. Als Anhaltspunkt dient der Passstift im Gehäuse und die entsprechende Gegenbohrung im Deckel. Die neuen Befestigungsschrauben des Deckels werden wieder eingeschraubt und festgezogen. Bitte achten Sie beim Anziehen auf die entsprechenden Drehmomente, die vom Hersteller für diese Schrauben vorgesehen sind. Beim Stecken des Service Disconnects ist darauf zu achten, dass dieser Stecker nur in einer Position in die Buchse passt. Die Mikro-Steckverbindung befindet sich in Fahrtrichtung unten links und der Bügel der Verriegelung zeigt endmontiert ebenfalls nach links. Nun kann der Stecker in die Buchse eingeführt werden. Zu Anfang befindet sich der Bügel in der Position nach rechts geschwenkt. Nun wird gleichzeitig der Stecker eingeschoben und der Bügel nach links geschwenkt, bis der Stecker seine Endposition erreicht hat. Zum Schluss wird der Bügel durch Schieben nach rechts gegen ungewolltes Öffnen gesichert und verriegelt. Mit einem kurzen Ziehen überzeugen wir uns vom korrekten und verriegelten Sitz des Steckers. Als letzte Maßnahme zur Aufhebung der Freischaltung des Hochvoltsystems wird der Minuspol-Anschluss der 12-Volt-Bordnetzbatterie wieder angeschlossen. Hierdurch wird das Fahrzeug wieder mit 12-Volt-Bordspannung versorgt und auch das Hochvoltsystem wieder aktiviert. Achtung, ein Messen in das aktivierte Hochvoltsystem zur Überprüfung ist Ihnen als Fachkraft für HV-eigensichere Systeme nicht erlaubt. Mit der Vervollständigung des Staufaches und der Abdeckungen im Gepäckraum sind wir fast am Ende angelangt. Zur Freigabe des Fahrzeugs sind zum Abschluss das Achtung-Hütchen auf dem Dach und der Hinweis-Zettel zu entfernen.